Die Bahnstrecke Vilsalm-Born war eine Eisenbahnstrecke im ehemaligen deutsch-belgischen Grenzbereich. Sie verband die Vennbahn bei Born mit der Bahnstrecke Luxemburgs-Paar bei Vilsalm. Im belgischen Streckennetz hatte sie die Nummer 47a. Die Strecke ist stillgelegt und komplett abgebaut. Geschichte Erste Bestrebungen für den Bau einer Bahnstrecke von Born nach Vilsalm gab es 1893. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges kam es dann im Jahr 1916 zum Bau der Ergänzungsstrecke für den Transport militärischer Güter und Truppen in Richtung Lüttich und Flandern. Dementsprechend wurde die Strecke zweigleisig mit festen Kunstbauten für die spätere Nutzung im Frieden. Weitgehend ohne Niveau gleiche Kreuzungen und damit die zu erwartenden schweren Lasten problemlos befördert werden konnten. Mit nur geringen Steigungen errichtet auf zivile Transportbedürfnisse wurde bei der Streckenführung kaum Rücksicht genommen. Zwischenhalte waren auf der Strecke zunächst nicht vorgesehen. Obwohl nominell grenzüberschreitend, gestaltete sich der Bau unkompliziert. Weil seinerzeit der belgische Teil unter militärischer Besatzung durch das Deutsche Reich stand. Die rund 22 Kilometer lange Strecke wurde von deutschen Bauunternehmen errichtet. Bis zu 4000 Arbeiter, 54 Feldbahnlokomotiven und 15 Bagger wurden eingesetzt. Am 10. Januar 1917 wurde der Bahnbetrieb aufgenommen. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kam auch der Ostteil der Strecke infolge der Abtretungen aufgrund des Versailler Vertrages an Belgien. Die belgische Eisenbahn übernahm den Betrieb und führte die Strecke als Linie 47 A. 1921 wurden die Bahnhöfe Recht und Vielsalmsusbeuys sowie die Haltepunkte Lai Neuwil und Börtenwil eingerichtet. 1931 wurde das zweite Gleis abgebaut. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen nach Belgien im Zweiten Weltkrieg springte belgisches Militär am 10. Mai 1940 den Viadukt von Hermann Montt und unterbrach damit die Strecke. Auf dem östlichen Reststück führte die Deutsche Reichsbahn den Betrieb zwischen Recht und Bornen fort. Infolge der Zerstörungen während der Adennen-Offensive musste dieser 1944 eingestellt werden. Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges blieb die Strecke aufgrund der Unterbrechung am gesprengten Viadukt dauerhaft stillgelegt. Die Gleise östlich davon wurden 1952 entfernt. Lediglich im äußersten Westen wurde zwischen Vielsalm und Vielsalmsusbeuys unter der Linie Nr. 220 noch bis 1972 Güterverkehr betrieben. 1973 wurde auch dieses Reststück abgebaut. Die Einrichtung eines Radweges auf dem Planum ist im Gespräch. Streckenbeschreibung Die Strecke begann am Bahnhof Born im Kreis Malmetti auf der Ostseite der Wennbahn. Dies hätte es ermöglicht, direkte Züge von Osten über die projektierte Urteilbahn heranzuführen, ohne die Wennbahn kreuzen zu müssen. Der Bau der Urteilbahn wurde aber kurz nach Beginn aufgrund des Kriegsendes Ende 1918 wieder eingestellt. Zunächst nach Norden führend überwand die Strecke jetzt mit einem Überwerfungsbauwerk der Freiherr von Korfbrücke. Die Wennbahn Um jetzt in westlicher Richtung weiterzuführen. Beim Ortrecht knickte die Strecke in südwestlicher Richtung ab, um kurz danach die damalige deutsch-belgische Grenze zu überqueren. Der Abstieg in das Tal der Salm erfolgte mittels zweier Kehren. Im Tal angekommen verzweigte sich die Strecke. Um eine direkte Verbindung sowohl nach Norden in Richtung Raiwitsch als auch nach Süden in Richtung Vielsalm zu ermöglichen, Bauwerke. Entlang der Strecke befinden sich zwei bemerkenswerte Bauwerke. Der Viadukt von Hermann-Mond lag oberhalb von Vielsalm in der südlichen der beiden Kehren. Er war 260 Meter lang und 33 Meter hoch. Nach der Sprengung 1940 wurde er nicht wieder aufgebaut. Heute ist noch ein Pfeiler vorhanden. Nördlich von Born befindet sich die Freiherr von Korfbrücke. Dieser Viadukt ist 285 Meter lang und 18 Meter hoch. Erbaut wurde er zwischen dem 13. März und dem 21. November 1916. Zur Errichtung wurden 19.000 Kubikmeter Beton benötigt. Diese Brücke war ebenfalls mit Sprengkammern versehen, die im Mai 1940 vorgesehene Sprengung unterblieb aber aus unbekannten Gründen. Benannt ist die Brücke nach dem ehemaligen Landrat des Kreises Malmedie, Friedrich Freiherr von Korf.